Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen TTT-Aufnahme, heute mit einer kleinen Runde der G.O.D. und zwar dem Chris Gold, dem Stevie, das Munchkin, dem Sascha, ich hätte jetzt beinahe malhin gesagt. Und mein Name ist Bleddick und hiermit gebe ich die Runde frei. Wusstet ihr schon? Er heißt Bleddick. Mahlzeit. Ich lasse auf einen Spieler zu sickern Namen und stelle dann erst so einen Meter davor fest. Oh, das ist ein Spiegel. Boah, was ist denn das für ein neues Item? Der Name wird nicht angezeigt. Stevie. Aber das ist ein echt guter Spiegel, der funktioniert jetzt richtig gut. Ja, ich weiß. Bloß, dass die anderen Spiegel in dem Haus ziemlich abgefuckt sind. Das Spieler wird nicht angezeigt, aber die Waffe. Äh, hat nochmal einer drauf geachtet, wie die Map jetzt hieß? Äh, Forgotten Mansion oder so. Ach ja, genau. Forgotten Mansion V2, glaube ich. Äh, das war's für Steps to Pop. Boah. 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 Really? Weg mit dir, du. Really? Oh, da hat jemand den Lichtschalter gefunden. Ich kann den Spiegel nicht zerstören. Das war aber ein kurzes Spauspiel. Alter, warum hängen ja hier? Jawohl, eine richtige Waffe. Weil die Map nicht so groß ist. Äh, ähm. Wow. Alter. Junge. Junge. Wow. Oh. Ups. Da war nichts. Oh, 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 oh. Okay, warte mal. Stevie. Stevie ist. Hey. Das war. What? Wer denn jetzt? Nein. Ich darf nur noch nach. Ich treffe doch nichts. Mit dem letzten Schuss. Ich hab Stevie verstanden. Ja, ich auch. Ja, ich hab ihn ja auch gesehen. Ja, ich hab ihn ja auch gesehen. Ich hab, da standen zwei Leute. Ich hab ne Metal Lounge abgekriegt und dachte, das war Stevie. Nein, war ich nicht. Oh. Alter, ich renne da rein. Ich hab nur S lesen können. War da alt? Ja, gut. Die 22. War da alt? War da alt? Was kamer, weil du's da? Wadda hat der dude da. Wadda hat der du-de da. Der kennt's nicht, ne? Oh nö. Ist schon wieder McTenter. Es geht besser als Scout, Scout Time auf die Samme. Wer ist das? Ah! Wer ist das? Wer ist das? Man kommt durch das Fenster nicht rein. Find ich frech. Ey. Ey, ey. Ne, man kann auch nicht raus. die beste was macht das weg macht das weg was ist mit mir kommt gleich rum junge was vor acht junge wer war das für die kann hat er geworfen das sind die obergeschoss ist traiter links ich bleibe lieber mal hier fühle ich mich gerade sicherer das gute ist lebt eigentlich noch irgendwer irgendeiner muss ja noch da ist wer ich schieße jetzt einfach mal auf den alter war schiehst du denn auf mich what the damn hell aus welcher entfernung ach du schande und ich denke so den hast du jetzt geile schon erschießt trotzdem noch rotzt mich sowas von weg ein bisschen weggerotzt lächerlich wenn du sie selbst benutzt kann die nichts die kann nur was wenn christi nimmt du musst mit rechtsklick ja ich weiß gut dass ihr was mit rechtsklick sagt erst mal gedrückt auf der zwei kugeln raus ja das ist auch der einzige Punkt du machst aber One Hits in den Punkt wenn du mit dem Nagel dran bist Lennig stand gerade in der Nähe von mir als jemand meinte drück ich mich von der Buh und so das war knapp ja das ist mir halt das erste mal passiert wo wir die die man auf hatten steve runde ende immer wenn der ausgerufen ist ist verdammt schnell ende ja wieso stirbt der auch nicht der ist gestorben schrei doch nicht so ich hab ihn noch gehittet und du hast ihm den Rest gegeben ne ich glaub irgendwie ich hab dir den Rest gegeben guck dir mal meine Punkte an ich bin versteckt ich bin sich dunkel war das Leben war das Leben so schlimm Junge ich hab Spaß mit Leichen sorry wenn du mich jetzt hier runter wirfst oh Gott das kann man so falsch verstehen du kriegst noch einen Schuss ab komm her du kriegst noch einen Schuss ab komm her komm her komm her wenn du da schon so drauf rumstehst weis wenn du da schon so drauf rumstehst weis weis da ist nicht wo ist Munchkin weiß ich nicht oh juckt mich auch nicht dein Ernst Chris ok Munchkin 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 was ich hab dich nicht getroffen ich wollte dich einmal treffen das hab ich dir gesagt weil du mich runter geworfen hast so Chris hat Munchkin aber schon ausgerufen von daher könntest du ihn im Prinzip ja auch töten nein kann er nicht was Chris hat's gesagt nicht ich Sascha Sascha ist also Sascha ist er verschwört uns gegeneinander was ist der war's auch nicht wieso Trottel da hinten stand Sascha ok ja der hat gesniped wie so ein Noob ein richtiger Noob Feigling Feigling Tempel Tempel Hit me Camper one more time Ich hab wieder nur Inno aber ich glaub Chris ist es diese Runde lass mich fehlen Ey jemand hat mir eine Instantary hinterher geworfen wer war das? Das muss aber nicht unbedingt ich gewesen sein Doch wenn's Chris nicht ist und der war's nicht weil er unten ist bist du's Munchkin könnte jetzt prinzipiell JAAAAAAH Munchkin Was? Wie überlebst du das? Bladdick stirbt doch nie Das weißt du doch Soll ich jetzt mal das falsche Drähtchen Ja mach Ach geht nicht ich hab dich ja getötet und identifiziert Ach so Mist Weißt du Der kommt durch die Tür steht direkt vor mir ich drück ab und er stirbt nicht Wie viel HP hattest du? 12 oder so Hallo nein Ich heiß nicht Fly Das ist Double Barrier BAM BAM Junge So ein Feuerball Junge Ich glaub ich brauch ne Zweitwaffe Ach ich hab schon eine AAAAAH Was war? Du brauchst ne zweite Waffe in der Relationship Das war ein Motor geschossen auf der linken Seite Bladdick Ich glaube Stevie hat Bladdick weggeschossen Was du beweise dafür dass ich das bitte wahr Ich guck jetzt hier wo die Leiche von Bladdick ist Ja aber das muss nicht unbedingt dann ich auch direkt sein Doch doch Genau da kamst du nämlich her Ach du bist doch eine Was war's jetzt die? Ja natürlich FUN Weißt du anstatt dass er schießt Nein er wartet erstmal Ich halte aber ich hab doch Alle beide aber alle beide so Schieß ich jetzt? Schieß ich jetzt? Schieß ich nicht? Oh er schießt Ich musste nachladen Ich musste nachladen Heul doch Das hab ich ja genau gesagt Mac10 round Beim AP 228 round Na geil Ich hab's dir gedacht Mr. Mac10 Hä? Du bist also Mr. Mac10 In diese Runde? Ja Bladdick Mac10 so heißt er jetzt Ich hab eine ordentliche Waffe Wow 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 Das war grausam Wow war das grausam Ich hab'n Chris gesehen Ist ja abartig Oh da hinten brennt's It's burned Ja super ich öffne die Türen vor mir Brennt's Ja Ja ich bin auf der anderen Seite vom Feuer Ja Was Spray das Ob ich's nicht screws angekommen lla Ja So Doch okay Reicht mir Ich hab'n Chris eigentlich noch Wenn dann hast Wenn nicht dann hast du ihn gekillt Ne Hab'n nicht Oh ne schöne Wand was ist falsch bei euch ja das war wieder eine runde ttt eine kurze mit wenig leuten aber wir hoffen trotzdem ihr hattet spaß die links zu den anderen findet ihr wie immer in der beschreibung bis zum nächsten mal